Festhalten, aber so sind nun mal die Bestimmungen und ich denke mal, es dient auch ihrer Sicherheit und auch die Fahrer haben natürlich ein Recht auf freie Sicht, dass die am Glück zu sehen sind und so weiter. Und wir wollen natürlich, dass die Sicherheit hier in jedem Lauf auch gewährleistet wird. Also, jetzt geht's zurück ans Band, alle Fahrer stehen bereit und wir sind gespannt, was dort jetzt passiert. Ja, was für ein hammergeiler Start von Mattenfröger, aber auch Berndina, der voll auslackert. Die beiden werden sich jetzt hier ein verschärftes Dreh liefern. Mattenfröger mit der Start von Mattenfröger. Was für ein geiler Start von Mattenfröger und auch Berndina, der von ganz außen da nach vorne ziehen wollte. Aber der Anfang der Bundesliga, Mattenfröger. Ja, aber ich gucke mir alles raus. Also, da hat der 45-Jährige auch so gute, nochmal richtig gezeigt, wo der Anerhängt. Also, ein hammergeiles Wortwende für Mattenfröger. Der ist heute wirklich mega gut drauf und das ist ein...